Hallo zusammen, ich bin Sauer Moldibear. Ich möchte euch leider mitteilen, dass es in den nächsten zwei Wochen kein Livestream geben wird. Das Problem ist halt, ich werde mit meiner Freundin in Urlaub fliegen und ja, möchte ein bisschen Spaß haben und habe leider keine Zeit zum Livestream machen. Vielleicht das nächste Mal mal sehen, keine Ahnung, aber egal. Gut, das wollte ich euch noch mitteilen. Danach gibt es natürlich dann wieder jeden Montag um 17.30 Uhr Fortnite und jeden Donnerstag um 17.30 Uhr StarCraft 2. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüss, tschüss, euer Moldibear. Bye, bye.